Fuck off! Ich glaub, das sind die Poster. Die werden halt mir nur nicht angezeigt als Poster, weil ich hier keinen Command habe. Kann ich die zerschießen? Ich muss die verbrennen. Was glaubt ihr, warum hier überall diese scheiß Flaschen sind? Die, mit denen ich Molotows machen kann. Ich glaub, das ist es. Ich glaube, ich dachte nämlich gerade schon, ah, das kann nicht sein, dass das das ist, aber das kann es sein. Hier. Nein, wo haben wir eins gesehen? Nee, nicht hier, ne? Da drüben war das. Scheiß auf der anderen Seite. Jetzt lass mich versuchen, das mal abzufackeln. Das würde echt Sinn machen. Komm schon. Fuck, tatsächlich's. Wie soll man denn da drauf kommen von alleine? Heilige. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich wirklich Molotows brauche oder ob das auch mit Brandpfeilen geht. Ein zweites Poster habe ich hier schon vorhin irgendwo gesehen. Das war, war es nicht direkt hier? Ja, Brandpfeil. Scheiße, geht das echt nicht? Doch, das geht natürlich schon nicht. Ich habe scheinbar wirklich diesen einen Pfeil gerade durch das kleine Loch durchgeschossen. GG. So, jetzt habe ich diese zwei. Jetzt die anderen zu finden, wird jetzt wahrscheinlich ein herrliches Suchvergnügen. Schauen wir mal darunter, kann das Sinn machen? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Darunter ging's aber doch zu diesem Grab, ne? Das heißt, hier wird's, warte, wahrscheinlich nicht weitergehen. Nee. Okay, immerhin, immerhin. Wir haben schon zwei Poster. So. Müssen wir nur noch den Weg finden in die anderen, also da nach oben und so weiter. Aber da hatten wir damals ja schon ein Problem mit. Was ist hier? Nee, stimmt, da waren wir gerade drin. Da war nix. Ha, das wird interessant. Ob wir das jetzt alles schaffen? So, hier hoch. Ich meine, ich habe ja hier eine Karte neben mir liegen, die mir ungefähr sagt, wo diese Poster wohl sind. Und das heißt aber noch lange nicht, dass ich auch, ne, hier oben war gar nichts, dass ich auch weiß, wo ich letztendlich lang muss. Kann es da unten weitergehen? Ha. Allein, dass ich da keine Ahnung habe, wird es sehr kritisch. Aber da unten muss ich tatsächlich hin. Ich glaube, das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Ach, nee, das ist eher für die andere Richtung. Kann ich da nicht einfach rüberspringen? Schafft die Lara das? Oh, das traue ich ihr eigentlich nicht zu. Komm, scheiße. Geronimo! Das ging ganz gut. Da, siehste! Fuck this place up. Nummer drei. Da haben wir Dart gespielt beim letzten Mal. Falls ihr euch erinnern könnt. Und jetzt finden wir heraus, dass wir irgendwelche komischen Teile verbrennen müssen. Verrückt, oder? Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Hängt hier vielleicht noch irgendwo eins? Wo sind wir denn? Jetzt bin ich da. Vielleicht ist das nicht so verkehrt. Na doch, das ist verkehrt. Ich glaube, falsch. Ich kann hier aber da lang. Da, wo ungefähr das Kraut ist, da wird noch eins sein. Ach so, jetzt sind wir ja wieder hier, wo die Dart-Scheibe war. Dann kann es nur hier sein. Shit. Das ist halt im Inneren. Verdammt. Okay. Dann ist es wahrscheinlich oben. Lass mich da mal hochklettern. Das wird ein interessantes Kletterspiel jetzt. Warte mal, wofür bist du da? Macht das Sinn? Das könnte Sinn machen. Aha, guck mal. Ich sehe es ja von hier schon. Aber offensichtlich sind wir hier nie hingegangen, weil wir damals noch gar nicht dahin konnten. Deswegen gucke ich mir das hier gleich mal an. Vielleicht haben wir noch ein bisschen mehr, was interessant ist. Leider nicht. Hier kann ja auch nichts mehr sein, was interessant ist, weil wir halt schon eigentlich alles haben. So. Wir haben vier. Jetzt ist nur noch die Frage, wie kamen wir jetzt da nach oben? Das weiß ich nämlich nicht mehr so genau. Aber das kriegen wir hin. Wir halten jetzt nach irgendwelchen Leitern mal Ausschau und nach irgendwelchen Seilpfaden, die wir raufklettern können, kriegen wir hin. Drei Puste noch. Kommt schon. Ja. Hier ist eine Leiter. Alles, was mich jetzt irgendwie ein bisschen nach oben führt, würde mich sehr glücklich machen. So. Wir müssen nämlich jetzt hier hin, da wo Relikt und Dokument sind, die ich hier gerade markiere, da müssen wir hin. das heißt quasi ja hier hoch, aber hier war nichts mehr, ne? Also, hier war Feierabend, weil hier ging es zu dem Grab. Da es da zu dem Grab ging, müssen wir logischerweise in die Richtung gucken. Wie kommen wir da jetzt nur rauf? Das ist es nämlich. Es müsste ja quasi von hier aus irgendwo weitergehen, weil das der höchste, das hatten wir schon mal das Problem. Weil von hier aus der höchste Punkt ist, den ich anvisieren kann. Wofür ist das da? Und mit was kann ich es verbinden? Mit da drüben. Auf den scheiß Turm will ich aber ehrlich gesagt nicht. Genau... Genau dieses Problem hatten wir. Wir wissen nicht mehr, wie wir da hochkommen. Und von da oben geht es nicht. Was übersehen wir? Wir übersehen irgendeinen Weg, der uns weiter nach oben führt. Ging es darüber vielleicht? Oh. Vielleicht ging es ja darüber. Ich hätte so gar keine Ahnung, aber vielleicht... Doch, das könnte sein. Das ist ja gar nicht so unwahrscheinlich. Das haben wir nämlich dann beim letzten Mal auch safe irgendwo übersehen. Ja, ich glaube, das sieht gut aus. Ha! Ich glaube, das wird was. Ja. Ich bin exakt da, wo ich hin wollte. So. Hier ist allerdings noch nichts. Das heißt, wir müssen jetzt gleich noch einen Weg auf die andere Seite finden. Das sollte aber jetzt nicht das Problem sein. War ja... Waren ja hier ganz schön umständliche Wege. Ja. Ist das korrekt? Muss ich... Na, ja. Das sieht gut aus. So. Ja, Leute. Das sieht wirklich gut aus. So. Jetzt müssten wir das noch verbinden. Boah. Werden wir die Sowjetanlage wirklich 100% schaffen? Das wäre ein Riesenhit. Na, ein bisschen ist noch. Das heißt, ich nehme das mal noch nicht mit. Beim Pfeile sollten wir ja sowieso genügend machen können. Jetzt muss ich nur erstmal wieder was sehen. Ja! Angeblich ist hier eins. Vielleicht aber auch noch einen Ticken weiter oben. Hier. Hier, 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 hier. Nein? Nicht? Hier muss aber irgendwo ein Plakat sein. Scheiße. Jetzt bin ich im Kreis gelaufen, wa? Sehe ich das Poster jetzt tatsächlich nur nicht? Na ja, unten wird ja nichts mehr sein. Ich habe fast so ein bisschen die Befürchtung, ich sehe es einfach nur nicht. Warte mal, lass mich nochmal da rüber. Vielleicht habe ich hier noch was übersehen. Die Poster-Suche ist real. Nein, also es ist definitiv auf der anderen Seite. Wenn ich es hier nicht finde, sollte ich mal da lang gehen. Und von hier aus geht es ja auch nochmal irgendwo weiter. Schauen wir mal. Drei Poster sind es noch. Da! Das war Nummer 5. Das war das, was ich da gesehen habe. Das ist mir klar. Wo wir dann genau bei dem Problem sind, dass ich immer noch das da unten nicht gefunden habe. Oh! Vielleicht ist es das! Na, was haben wir denn hier, Leute? Das ist es! Das ist das andere. Ha! Und das letzte ist nämlich nochmal ein ganz schönes Stück woanders. Nice! Oh, wir werden es schaffen. Wir werden es schaffen. Oh mein Gott, was für ein großes Gebiet das hier war. Verrückt, oder? Das ist aber schon heftig. Alleine, dass man eben da drauf kommt, was man hier machen muss, finde ich schon... Da, da ist es, Leute! Wir haben es! 100% Sowjetanlage! Und bitte! Yes! Das ist doch mal jetzt ein sehr geiles Zeichen da oben. 100% Sowjetanlage, man. Boah, nice! Das macht mich jetzt schon ziemlich glücklich. Wir haben 100% Berggipfel, wir haben 100% Sibirische Wildnis, wir haben 100% Gletscherkabelle, wir haben 100% Sowjetanlage. Forschungsbasis wäre dann das nächste Ziel. Aber wir haben 100% verlassenen Minen. Dann, wir haben 100% von dem da, was auch mal das gerade nochmal war. Wir haben insgesamt 78%. Ich würde sagen, wir machen jetzt Akropolis. Und Forschungsbasis fertig. Dann werden wir uns wahrscheinlich noch ganz schön lange mit dem geometrischen Tal beschäftigen, auch wegen den Herausforderungen. Die sind auch nochmal ziemlich crappy. Aber, das hier wäre jetzt next. Die Frage ist, wie komme ich jetzt hier am schnellsten an ein... an so eine Ding ran? Keine Ahnung. Ich glaube, wir werden einfach irgendwo zurück uns bewegen. Klingt logisch. Das war, wir haben jetzt immer noch mal fürs wir können, dass wir überhaupt sicher sind. Vielen Dank.